Boah, Zombies, ey, jetzt ist es aber langsam ruhig. Wo seid ihr alle hin? Na, ich bin da, wo das Schmiedehäuschen hin soll. Ich bin in unserem Lagerhaus, was irgendwann mal eins werden soll. Ich überlege, war das bei dir? Jaja. Okay. Nix passiert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich muss jetzt verziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eigentlich bräuchte ich es nur auf einer Seite um zwei erweitern. Dann wäre es komplett symmetrisch. Dann mach das doch. Ja, sobald es hier, ne? Ein bisschen heller ist. Brauche ich nicht. Wer haut wen? Nicht gleich die Zombies wahrscheinlich, wenn ich rausgehen würde. Ist der Creeper noch hier, oder ist der schon explodiert? Ne, der dürfte noch da sein. Er ist wahrscheinlich schön und wartet auf dich. Ja, er ist schön, genau. Das hat meine Kiste weggesprengt. Scheiße. Ja, dann hast du es nicht anders verdient. Was hat der denn gerade verloren? Kohle? Ne, es liegt da noch. Wie könnt ihr da so easy rumrennen, wenn ich mir, wenn ich mir etwas Sorgen mache? Du dir in die Hose scheißt. Wir sind Creeper und weil ich nicht weiß, wo der ist, könnt ihr nicht einmal kurz rausgucken und schauen, wo der ist? Im Wasser. Der kommt sofort raus, wenn du in die Nähe gehst. Das ist mir zu heikel. Tut mir leid. Scheiße. Die Sonne geht auf. Axt. Axt. Aber wo Axt, wir müssten auch mal wieder Bäume fällen, ne? Ja. Ja. Das ist der. So, zack. Zwei Kisten. Und dann können wir schon mal den ganzen Kleiderandatsch hier reintun. Ach, wie ist das schön. Macht man hier ein bisschen Holz weg. Mal wieder. Was habe ich denn da gefunden? Lederhosen. Und ein Lederhelm. Süß. Süß, ja. Habe ich auch gedacht. Lack und Leder passt zu dir. Ja, Lack nicht so, Leder ist besser. Was kann man denn noch alles aus dem Neterquarz machen, außer Quarzblöcke? Äh, Säulen meiner Meinung nach irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Dinger vorher noch nie gesehen. Neterquarz. So, da ist jetzt wieder... Na, okay, nee, ich lasse mal. Gucken wir mal ganz kurz. Sieben waren es vorhin, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Gott. Man kann daraus einen Tageslichtsensor machen, Komparator, Quarzblöcke. Wenn man ein, ein, ähm... Ein M hat... Ein M hat... Genau. Habe ich vergessen. Wozu brauchst du überhaupt ein Geländer, Zaflo? Es geht doch auch ohne Geländer. Nein, ich will nicht, dass ich runterfalle. Du fällst da nicht runter. Doch. So wie ich das gerade mache, nicht. Bestimmt. Bestimmt nicht. Ey, dann bin ich noch 30 Folgen lang beschäftigt, hier nach unten zu bauen. Ja. Ja, wir müssen auch eigentlich nochmal in den Neter. Ich brauche ja diese Quarzblöcke. Sonst kann ich das Haus nicht bauen. Äh, du kannst ja schon mal vorgehen. Wenn ich hier mit dem fertig bin, komme ich nach. Wie war das? Wir haben noch 180 Folgen Zeit. Ist der Creeper jetzt endlich weg? Ich habe keine Ahnung. Also, hm. Lass dich überraschen, ne? Nein. Also ich sehe keinen mehr, sagen wir es mal so. Weee. Oh Gott. Das war ich nicht? Doch, das war ich nicht. Ich habe das Krieg nicht mehr, oder? Dann war ich das mit den Schafen auch nicht. Und mit dem Haus. Hat jemand die Erde hier eingesammelt? Nein. Ups. Dumm, dumm, didumm. Ich glaube, die Schmiede darf irgendwer anders bauen. Also ich baue gerne das Haus oben, aber den Tunnel nach unten habe ich, glaube ich, keine Lust. Aua! Nee, du hast keine Lust. Immer diese Nicht-Team-Player hier. Das, was er gesagt hat. Er hat keine Lust. Das ist mir zu stupide. Zu stupide? Ja. Ist wieder heine. Naja, mehr oder weniger. Hier war wohl anscheinend irgendwas. Ein Creeper? Ja. Ach ja. Eigentlich, um ehrlich zu sein, bin ich etwas verwirrt. Warum? Was ist los? Nichts ist schon okay. Okay. Alice in bester Ordnung. Mist, die Kacke. Du kannst jetzt im Lagerhaus weiterbauen. Tom. Breite ist jetzt angepasst. Äh. Es ist jetzt voll symmetrisch. Voll symmetrisch. Ja, bei solchen Gebäuden ist das aber von Vorteil. Ja, ja, da steht schon. Da ist ja gar nichts. Nein! Doch! Oh, da hinten. Nein! Doch! Au. So, lalalalala. Toll, da ist wieder ein Zombie. Bei unseren Hühnern. Die verrückten Hühner, die... Und es regnet mir eindeutig zu viel auf diesem Server hier. Lass uns mal den Server wechseln bei Gelegenheit. Äh, nein. Liegt alles an dir. Liegt alles an mir, ja. Du bist so negativ. Das stimmt. Aber bei dem ganzen Regen kann man auch nicht positiv sein. Oder. Man muss das Beste daraus machen. Es gibt Menschen, die würden sich über Regen in ihrem Land freuen. Ja, wir sind aber nicht in dem Land, wo es so nicht Regen... Wo es selten Regen. Äh, was wollte ich denn jetzt? Ach ja. Es hat aufgehört! Ja, meine Gebete wurden erhört. Äh. Waren das Eichen, ne? Zack, zack, zack. Ich muss erst ein bisschen Eichenkloppen gehen. Oh Gott, so... Ups, ich bin hier reingefallen. Ach, ich kann den Shader wieder ändern. Wir haben ja Tag. Ist das nicht toll? Das ist aber schäbig. Schadig. Schadig. Shady. Slim Shady. So, wie komm ich da jetzt wieder hin? Nach. Ah, wie viel brauche ich denn? Also ich glaube, ich sage nur ein Teil des Minenhäuschens, ja, und den unteren Teil auf irgendjemand anders bauen. Okay. Ich habe aber schon mal vorgearbeitet ein bisschen, damit man weiß, wo die Reise hingehen soll. Wo die Reise hingehen soll? Ja, wo die Reise hingehen soll. Ein Holzkloppen, mach es das schön. Dumm-di-dum. Allelu. Jetzt dann, das sollte passen. Nein, Spitz hat es alle. Ist alle? Ah. Ja. Da hat doch schon alles aus. Alle, alle. So, ein bisschen Erde brauchen wir hier noch. Erstmal das Creeperloch da wieder wegmachen, was der Zafel da reingerissen hat. Das Creeperloch? Dein Creeperloch, weil du's gepennt hast. Äh, da wollte ich drauf. Ich dachte, du trollst mich schon wieder. Warum habe ich das eigentlich jetzt in der Workbench gemacht? Das weiß auch keiner, so. Naja, egal. So. Oh, das ist das. Und was ist was? Ach, das ist das. Okay. Das ist das. Genau, das ist genau das hier. Und dann kommt hier, geht's nach unten. Vielleicht eher krachig. So. Dann muss die Wand hier noch ein länger. Äh, lässt du mich wohl da rein? Nein. Doch. Nö. Doch. Wollen wir uns jetzt streiten? Nein. Doch. Doch. Nein. Ich will mich aber streiten. Nein. Doch, will ich wohl. Nein. Willst du nicht? Ich glaube, ich brauche mehr Holz. Was ist das denn hier? Wer hat denn hier einen Baum hin? Ich glaube, das reicht nicht. Haben wir noch irgendwo einen kleinen schönen Baum zum... Ach, da haben wir doch was. Du kannst mal hier bei der Schmiede noch ein paar Bäumchen abbauen. Ich bin jetzt gerade hier und baue mein Bäumchen hier ab. Jetzt komme ich da wieder nicht hin. Ach, das ist doch alles zum... Mäuse melken. Wolltest du das sagen? Aus der Haut fahren kann man auch sagen. Mäuse melken. Ich melke keine Bäume. Jetzt schon... Nicht? Warum nicht? Ich höre schon wieder Zombies, ey. Haha. Muss man eben das Glas... Ohne... Nein, das ist die Schaufel schon wieder alle. Die Schaufel ist alle. Warte, das muss ich mir jetzt erstmal durchgekommen gehen lassen. Ja, das hat ein bisschen gedauert, ne? Wieso liegt denn da eine Hacke rum? Ach ja. Weil sie es kann. Wahrscheinlich. So, eins Platz. Dann eins Platz. Dann noch eins Platz, vielleicht? Eins Platz. Ah. Hier, das war eine Glasscheibe. Es wird schon wieder dunkel. Was? Es wird schon wieder dunkel? Wenn du so negativ denkst, dann wird es auch dunkel. Ich glaube, das kann ich nicht beeinflussen. Also wenn es schon wieder dunkel wird, dann baue ich mich erstmal hier ein. Mit Hoffnung, dass die Zombies da nicht reinkommen. Ich mache hier mal größere Fenster rein. Machen wir ein bisschen mehr Tageslicht. In der Nacht. In der Nacht, genau, ja. So, und jetzt hoffe ich, dass ich hier meine Ruhe habe in der Nacht. Das mit dem Bauen übe ich aber auch nochmal. Das klappt heute nicht so ganz. Noch wieder nicht geklappt. Hat jetzt wer eigentlich Bäume gefällt? Ich habe ein bisschen für mich hier. Also alles, was ich gebraucht habe. Aber ich habe folgendes Problem. Ich habe keine Fackeln dabei, glaube ich. Ach, da, 19. Huh. Kohle. Sehr schön. Ich bin drin. Ja, also, äh... Egal, was jetzt hinter mir her gewesen ist. Ich habe es wirklich mal geschafft. Äh, Jenny, das müssen wir alles nochmal abreißen, ne? Das müssen wir jetzt alles dem neuen Gebäude anpassen. Das ist ja jetzt... Hör auf, mich zu schlagen! Das ist gemein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 3, Nein, ich fühle mich am Arsch. Das habe ich mich wegen dir verbaut. Kinder, nicht hauen. Doch, wen ich will. Sie ist so aggressiv. Wieder verbaut, Scheiße. Und das mit Glas. Ah. Ärgerlich, ärgerlich, ne? Ja. Immerhin habe ich den Sand nicht gefarmt. Hey. Es gibt gleich Hauer. Ich komme gleich rüber, du. Mach doch, mach doch Ich trau mich nicht, es sind zu viele Monster außen